Ja Freunde der Blasmusik, ich habe heute, das zeige ich euch noch, extra vom Markt einen Bra-Eistee geholt und ich werde ihn mit euch genießen. Der schmeckt echt nach Wassermelone, Bra-Tee, ja er schmeckt. Und ja, es tut mir leid, es gibt kein Geschmacksfernsehen oder Geschmacks-YouTube, er ist einfach lecker. Danke an die Firma Bra, die so tollen Eistee machen. In nicht jedem Supermarkt kriegt man das, also in einem kleinen Supermarkt gibt es den Bra-Tee mit Wassermelone und Pfirsich. Und er ist einfach, der ist einfach sein Geld wert, würde man sagen, ja er ist auch sein Geld wert. Und ich finde es eigentlich echt lecker. Man kann um den Preis um 1,79 Euro nicht falsch machen. Klar ist Fastenglieter sehr teuer dafür, aber er schmeckt. Und er schmeckt herrlich. Lasst mir einen Daumen nach oben, wenn es euch das gefallen hat. Dankeschön. Das ist einer der besten Eistees, die ich in meinem Leben getrunken habe. Nur schade, dass es Bra-Eistee nicht in 1,5 Liter gibt. Schade. Ich hoffe, ihr habt ihn auch mal probiert. Wartet bitte. Tata für eine Frage, ob ich zu jemandem komme. Nee, ich komme da zu niemandem. Wirklich nicht. Nein, ich bleibe sein. Die Frage, ob ich zu jemandem gehe. Vielen Dank.